Spielst du auch irgendwann? Zeraf haben wir erst vor paar Tagen. Das Game war nicht ganz so gut, aber wir haben Zeraf gespielt hier. Der war eigentlich Early-Game-Farm-Ferster. Irgendwann haben meine Teammates aggressiv gefightet. Ich war nicht so stark wie Walga und Walga hat einen guten Job gemacht, aber es ist nicht lange her, dass wir Zeraf gespielt haben. Hast du mich sniped XD? Sorry, wer bist du? Wer bist du? Sorry, my bad. Ah, Trunamea Kali. Ist das etwa der Yordel-Lord-Engel? I'm not looking for- Oder Vex mal ne Runde. Wir wollten unbedingt mal Vex spielen. Ich hab noch nie in meinem Leben gewext. Richtig hart reingewext. Sorry. Glaub ich einmal Vex gespürt oder sowas. Na ja, first time Vex, so können wir ziemlich deep diven mit Jarvan gemeinsam und Resets kriegen. Not bad. Oh, Eck und Automobility. Okay, bis gleich. Ich mach Pentacles, dieses Game. Was max man? Q oder so? Dann finden wir oft on the fly raus. Ihr gebt mir gleich den Rundown zu Vex. Ja, Twitch Chat? Wir sehen uns gleich wieder. Da wird richtig reingewext. Bis gleich. Das ist zu gut für mich. Aber nicht zu gut für Jarvan. Der ist halt so gut. Kein Flash ist halt so free, ne? Hat er gut registriert und bestraft. Wo ich meine Spells gem... Ich hab Dorans Ring gestartet statt Crofting-Pots. Oh mein Gott, woher hab ich denn Time-Optonic dabei? What the fuck, Tolkien läuft? Peng! Ho, der Damage. Einfach nicht vorhanden. Oh, schön da reingefeiert in die Kacke. Oh, wenn sie mich ignoriert, sterb ich nicht. Also easy. Jarvan ist ja so 1v9. Mein Flash war wichtig. Dann fahr ich die Wave-Freezen, aber Echo sollte sie rauspushen. Darkness, take me. Come on, Neyman. Oh, push noch die nächste Wave, dann sollte Jarvan eigentlich farmen. Wir gehen mal hier Crofting-Pots, sonst nutze ich's absolut nicht, was ich gemacht hab. Wir haben grade Spells in unser Leben. Wir lösen den Ectocute aus und gewinnen den Trade Hard. Vielleicht ein Dive-Engel mit Ult, vielleicht sogar. Ah! Ist das OP? Ich bin tot, oder? Du bist 1v9. Was geh ich jetzt? Auf jeden Fall Lost Chapter-Item. Das gibt ja gar keine andere Option. Ich frage es bloß, welches Lost Chapter-Item im Twitch-Chat. Aber ich bin die einzige AP-Quelle dieses Game. Man könnte auch sagen, Lundens ist besser. Wir haben ja wirklich sehr wenig Magic damit, außerwächst. Oh! Oh! Oh, Jarvan! Ich liebe dich und dein gewaltiges Standarten! Ich liebe deine gewaltige Standarte. Das ist ein Mist dabei. Oh, damn it! Let's go! Oh, 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 oh! Bring it down a notch! Bring it down a notch! Nice! Schöne Komme von Jarvan. Er hält meine Hand das gesamte Game. Was will Drake machen? Kann ich ein paar Speils geben, aber ich muss eigentlich reseten. Someday is all I think about is you. Late nights in the middle of June. Jarvan ist noch stärker als ich, aber ich bin auch quite strong. Ich bin wahrscheinlich über 9. Schon ziemlich OP. Ich bin so overpowered. Es ist ja so einfach. Ich meine, es ist einfach von der Jungler, wenn ich 50 mal mitlein war, aber ich bin einfach First Time Backs. Also noch bad, I think. Ich bin einfach ein Bro Jarvan. Let's game. Nicht der Banger von dir. Dieses Game. Banger von dir. Sondern kann ich dir nicht wirklich helfen. Ich werde einfach Akali gewonnen hittet. Wie geil. Ich bin so OP. Aber die war auch zweit unter mir. Also ist jetzt auch nicht so insane eigentlich. Komm mit dieser Schrein. Oh. Jetzt sterb ich vielleicht einfach. Ist es dann worth, was ich gemacht habe? Of course not. Aber nichts gemacht man. Sie war eh kein Gold wert. Du musst beweisen, dass ich es kann. Aber vielleicht, wenn Ekko noch sterben würde. Aber ne. Da kann der Q up. Aber die sind immer noch wie Darksale Stacks. Solche Kämpfer. Haube so negativ zu sein. Wechsel. Was soll das? Ich bin Ult-Engel. Oh, ist er gestorben. Vor allem und konnte das sehr schlechte. Oh, Sack. Der ist in einem really bad spot. Weil da ist einfach nur Horrible. Aber jetzt an das Spiel müssen, Mann. Renate und ich konnten nicht reinlaufen. Wenn wir hier chillen. Wir starten schon Drake, wenn wir nicht da sind. Dann muss ich mit Ult-Versuchen reinzukommen. Aber wenn einfach hops genommen. Ekko stirbt, bevor man ult ankommt. Und er fällt mal so bad zu beginnen. Aber wir hatten halt nicht hitten können an der Stelle. Da ist der Top-Lang gechillt. Der hat mich nicht mal dabei. Nein, ich muss den Job und ich carry'n. Wir haben alle Ressourcen im Early-Game bekommen. Er ist einfach weggekommen von all meinen Spells, Mann. Was werde ich mal greenen jetzt? Einfach Ekko straight bestrafen, wenn wir können. Wurde gerade zweimal gecatcht, hätte sterben müssen. Ich habe es beide mal versäumt, das auszuführen. Ich bin hier der Anti-Mobility Champion. Das ist meine Aufgabe. Ich habe kein Reset bekommen, doch. Ich habe mich jetzt Reset bekommen. Ich habe der Ult-Versuchen gemisst. Nice. Mein damit war doch crazy in dem Fight. Ich bin mir gar nicht richtig sicher, was überhaupt passiert ist. Ich bin mir nicht wirklich sicher, was ich da überhaupt gemacht habe. Auch irgendwie Leute geht das mit AOE-Spells, I think. wenn er einfach zu afk mann heute und wieder halbwegs sollte für drag fight da was macht halt nichts auf sideline und er kriegt vor free start drake ist in der ewigkeit und wir könnten keine engagement aber da suche ich nach in gage auch nicht gut das ist zu grünen aber das ist auch nicht gut beide zu mobil mann weil er brennt jetzt direkt rein snowball eben schlubst da oben an ecco aber glaubt einfach raus jetzt bitte schöne renate holt man so p mitte pushen und drag is free not bad team hoffe ich jetzt medias weil ich krocki wegspieler bin ich kann mal passiv easy 2000 damage machen am nash wenn es noch mit runter wir müssen fighten ich versuche auf echo zu gehen ja der hat nash das ist extrem da etwas das hätten wir nicht so spielen müssen mann haben wir eigentlich verloren jetzt können wir brennen einfach mit runtergemacht echo hat einfach nicht gefinisht aber es ist keine use dass das ist das game and we lose another one ja ich glaube doch an echo noch sterben dann drunter mehr nein mann wir müssen einfach früher kommitten aber es ist ja wow hätte besser spielen müssen im mid game hätte besser spielen müssen im mid game hätte besser spielen müssen im mid game hätte ich kämen können wenn du uns jetzt aber auch wieder eine kaiserwes ich habe jedes kaiserwes getroffen im game gerade eben come on mann warum sei jetzt in die wunde jetzt das game war so hart zu verlieren ich habe gerade auch jedes kaiserwes im game davor getroffen by the way und so stark in beiden games aber ich meine es war fein für firstline Vax I guess Ich habe etwas eher gehabt aber es meibert hätte besser spielen müssen im mid-game ich habe es ja tief 가ppen müssen im Peachter-Game ich habe es ja tief gehalten müssen in dem Vax-Game Ich habe es ja tief gehalten müssen in dem Vax-Game Ich habe es ja aber einfach gut gemacht